Herzlich Willkommen bei Wir sind Movies. Heute sind wir tatsächlich an der frischen Luft, was für Filmfans wie uns eigentlich recht ungewöhnlich ist, aber wir müssen dem Film, den wir heute vorstellen, eine etwas sonnige Note verpassen, weil es sonst viel zu traurig wird, denn es geht um The Fault in Our Stars, auf Deutsch Das Schicksal ist ein mieser Verräter, fiel sicherlich bekannt nach der Buchvorlage von John Green und ja, wir haben uns den Film angesehen im Kino und haben jetzt eine unglaublich ausführliche, unglaublich tiefsinnige Kritik für euch vorbereitet. Viel Spaß! Wie Max schon gesagt hat, heute geht es genau darum, um die Verfilmung vom Buch von John Green, im Original The Fault in Our Stars. Bei uns auf Deutsch Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Es geht darum, dass Hazel Grace Lancaster, gespielt von Shailene Woodley und Augustus Waters, gespielt von Ansel Elgort, sich ineinander verliehen. Beide sind todsterbenskrank, beziehungsweise waren todsterbenskrank. Also Shailene Woodley hat ein Krebsleiden und zwar hat sich das schon in die Lunge verlagert, weswegen sie immer einen Sauerstoffbehälter mit sich rumschleppen muss. Gus hat sogar schon ein Bein verloren aufgrund von Metastasen, also auch aufgrund von einem Krebsleiden. Allerdings ist er jetzt wieder krebsbefreit und scheint gesund zu sein und die beiden verlieben sich dann halt bei einer Therapiesitzung für junge Leute, die an Krebs erkrankt sind. Der Grundkonflikt bei Das Schicksal ist ein mieser Verräter ist der, dass Hazel Grace halt ein bisschen auf Distanz gehen will zu Gus. Also sie will mit ihm eigentlich nur befreundet sein und keine romantischen Gefühle aufkommen lassen, weil sie halt selber sagt, Gus, ich bin eine Zeitbombe, ich weiß nicht, wie lange ich noch zu leben habe, ich werde nie ganz gesund werden und ich möchte das nicht antun, dass du irgendwann in Tränen versinkst, weil ich vor dir sterbe. Was mir besonders gut gefallen ist, ist einmal die Schauspielerleistung der beiden Hauptdarsteller, einmal Shailene Woodley und Ansel Elgort, die ganz im Gegensatz zu dem Trailer, der Erwartungen in Richtung einer Stereotypen-Figurengestaltung geweckt hat, gar nicht dementsprechend, sondern wirklich auch von Josh Boone Raum bekommen, um ihr Schauspieltalent auszuspielen. Das gelingt auch wirklich fantastisch. Zudem ist noch die, sagen wir mal, Schauspielermuse, die männliche Schauspielermuse von Regisseur Josh Boone erneut am Start. Das ist Ned Wolf, der war schon bei Boones Regie-Debüt Love Stories, im Original Stuck in Love, dabei gewesen. Auch ein großartiger Film, empfehlen Max und ich euch auch an dieser Stelle. Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, ist, die hängt direkt mit der Schauspielführung zusammen, nämlich die Regie von Josh Boone, der jetzt wirklich geschafft hat, über zwei Filme hinweg schon einen eigenen Stil zu etablieren, der sich nicht zu weit von Mainstream-Konventionen entfernt, aber trotzdem eigene Akzente setzt und das ist wirklich schön anzusehen, was er da abgeliefert hat. Es ist keine große Geschichte, die da erzählt wird, aber es ist ein Plädoyer für Liebe, auch in den schlimmen Zeiten und dass jedes Leben es auch wert ist, gelebt zu werden, dass jeder Mensch es wert ist, geliebt zu werden. Der Soundtrack ist über, über gut. Es wird eigentlich auch jedes Mal der richtige Ton getroffen, ob es jetzt Songs von Coda Line oder von, ich hoffe ich sage es jetzt richtig, Charlie XCX sind, die einen neuen Song, mindestens einen neuen Track zum Film beigesteuert hat. Das Schicksal ist ein wieser Verräter ist nicht nur eine einfache Teenie-Romanze, in die man mal in Form eines Date-Movies mit der Freundin reingeht, sondern das ist ein Film, der wirklich auch Cineasten aller Sorten begeistern kann und begeistern sollte und deswegen ein Gang ins Kino auf jeden Fall die richtige Entscheidung ist. Besonders hervorzuheben ist auch die visuelle Gestaltung, denn Josh Boone ist da auf jeden Fall eine eigene Handschrift anzusehen. Er hat einen sehr, sehr individuellen Ansatz, also es gibt Momente, wo halt, ja, die Kamera mit Schärfeverlagerung zum Beispiel arbeitet. Die Bilder sind sehr, also ziemlich hell ausgeleuchtet und das Ganze wirkt quasi so, als hätte es noch so einen märchenhaft romantischen Flair, aber ohne in Kitsch zu versinken. Und das ist halt das große Kunststück, die große Gratwanderung, die Josh Boone mit dieser Verfilmung zu meistern hat und auch genial meistert, denn der Film ist teilweise halt nah am Kitsch, aber bricht immer wieder mit dem Kitsch und das hat auch das Buch von John Green schon so großartig gemacht. Zwar ist der Film fast genau auf den Punkt wirklich in jeder Szene gut abgeschmeckt, sage ich mal, nur gegen Ende sind ganz, ganz kleine Längen drin, was auch damit zusammenhängt, dass der ein oder andere Plottwist vielleicht doch etwas offensichtlich daherkommt. Ich bin selbst kein Buchleser gewesen, kann also nur den Film, kann also nicht sagen, ob das ein Buch besser funktioniert hat. Für mich im Kino war es manchmal ein Ticken zu offensichtlich und dadurch ist die Dramaturgie ein bisschen ins Stoppen geraten. Was mich ein bisschen gestört hat, teilweise stimmt das Timing der Gags und der romantischen Momente nicht zu 100 Prozent. Ist jetzt natürlich die Frage, liegt das gegebenenfalls an der Synchronisierung, weil Laura Dern als Mutter von Hazel Grace da manchmal nicht so gut wegkommt und manche Gags zünden halt auch nicht so richtig und im Buch hat es halt funktioniert. Aber alles in allem kann ich euch den Film wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen. Ja, das Fazit, das ich aus meinen genannten Punkten ziehen muss, ist, dass das Schicksal ist ein mieser Verräter, wirklich ein klasse Film ist. Der ist nie langweilig, nie langatmig und ja, ich bin eine chronische Heulsuse bei Romanzen, wenn die mich wirklich catchen, aber bei dem Film habe ich spätestens nach 60 Minuten dann auch die weiteren 60 Minuten rot zum Wasser geheult. Mit ganz minimalen Schwächen, die dazu verhelfen, nicht die 10 von 10 zu erreichen. Ich verbleibe mit der optimistischsten 8 von 10, die ich je gegeben habe, sondern bei mir zumindest eine 9 von 10. Ich kann den Film wirklich jedem Kinogänger empfehlen, auch wenn es jetzt hier die heißen Monate sind, sollte man sich den im dunklen Lichtspielhaus nicht entgehen lassen. Ich feiere den Film, danke Josh Boone, stark. Ja, das war unsere Review zu The Fall and Our Stars, auf Deutsch, ich wiederhole es immer wieder gerne, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ja, besucht uns auf Facebook, was ihr sowieso schon längst hättet tun sollen, auf YouTube, schaut unsere Videos an, subscribt, wie man heutzutage sagt, abonniert uns, macht alles, macht uns bekannt, schreibt in Kommentare, was ihr in der nächsten Zeit von uns sehen wollt. Und ja, wir verabschieden uns, okay? Okay. Okay. Ich bin ja Sag. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020